Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge Lander's Sohn, zusammen mit Luki, Flo und Oerröck. Hallo, Moin, Servus. Luki Auftrag. Hau'n's rein, hau'n's raus. Feld 194, 100, ja 194, dreschen, pressen. Ist Hafer. 194, össensiv. Da unten, da, über dem Kartoffelfeld, äh, über dem Karottenfeld, da, bei der 191. Die mich eigentlich flaxen, alter. Was wissen du jetzt? Die sind eher fertig als der Mais. Flo, Affe in den Dreschern, yalla, yalla. Huck up. Sammelst du selbst, äh, ein dieses Zeug? Ballen? Na, ja, das auch. Oder was, sammelst du selbst ein? Nein. Ich glaube, der meint, ob du selber abfährst. Abfährst, wollte ich gerade sagen, selber abfährst. Ja, ja, ich, 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 ich bringe ein Gerät rüber. Wir suchen, ob wir sehen wie ein Traktor. Brauch ich dich hingestellt? Da steht er. Tschuldigung. Ach, hu! Ich hab Tschuldigung gesagt. Mutlich doch, Mann. So schön bin ich nicht. Zum Leben ist, wenn ich mein Mikrofon hochklang und dann wieder runterklappt, dann funktioniert es. Ich bin nach einem Stil nicht und... Ich bin nicht die noch mit der Taste, um das Mikrofon auszuschalten. In der Aufnahme hört man es ja genauso. Ja, das ist ein iPhone. Du kannst doch am Rechner das Mikrofon, eine Taste belegen, in deinem Programm genauso. In deinem Aufnahmeprogramm kannst du eine Taste belegen, Mikrofon Stimmschein. Und dann gehst du dir auf Discord genau auf dieselbe Taste, und drückst du eine Taste und keiner hört dich. Das ist jetzt der Schwachste. Hm? Nix. Hm. Ich bin ja auch. 2,40er? Ja, 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 voll Gas. 1,94, oder? Äh... Ja. Okay. So, ja, ähm, keine Erinnerung. Wir haben den Flo jetzt. Ah, schütten wir jetzt. Dann muss ich mal von der Scharte wegholen. Ja, ja, der ist ja mal aus dem Hof rausgefahren und ja, seitdem steht er da so ein bisschen ums Streitgekram und da fahre ich irgendwie nicht aus, weil er geht. Ähm, ja, von Luki Unterstützung bis zu Oakt. Geht der Feldweg durch? Die Funkstelle. Achso, mehr Drop geht da gar nicht. Ne, geht nur 1,8 bar oder so. Äh, weil er irgendwie so halb leer aussieht. Ähm, was ist denn aufpumpen auf 2,5 bar oder was? Ja. Macht man nur drüber. Der 1,8 bar sieht auch der fertig leer. Kommst du jetzt mit Neuer? Ja, auf der Straße kannst du das schon machen. Bisschen mehr als 1,8. Das Problem ist durch das, dass die meisten Leute halt keine Reifenbuch kriege, man sagen. Das ist aber ein wenig irgendwie bescheuert. Du wolltest 194. Ja. Ja, auf jeden Fall weiß ich nicht. Er hat gefragt 1,4,9. 1,94 habe ich gesagt. 1,94. Das hätte man nicht jetzt durch diesen Schützen nehmen können. Das ist selbst schon unterverwagert. 1,4,9 müssen die 1,4,9. Ich weiß es nicht. Ja, die sind aber auch in die andere Richtung, Erik. Aus disziplinarischem Grund können wir erst mal anfangen. Der Folge wird leider diese Aufnahmsession auf 15 Minuten besetzt. Auf wie viele Minuten gefühlt es? Auf 15. Netz hier. Warten Sie, schau mal in Goch. Warten Sie, schon mal in Goch? Erik, machst du schon mal in Goch? Nein. In der Nähe? Ja. Okay. Holland, Junge. Holland ist die geilste Start, ey. Ich bin doch 5 für den Fernseher. Sag das doch. Boah, ich fühl mich endlich wieder wie zu Hause in meinem Wohnzimmer hier, ne? Timmy droppet uns guter. Einfach geile Lieder, jemals. Ja, das Ding hab ich letztes Mal schon gemacht. Wir werden ein bisschen ins Lenkrad beißen. Wie ist mein Lenkrad heute irgendwie so schief, dass ich irgendwie, weiß ich nicht. Weil mein Traktor ein wenig dazu schwenkt, ins Gemüse zu tragen. Bulldog mit Kipper steht am Feld. Oh, den füßpass. Wow. Ja. Hier ist dieel. Ich hab's mal gesehen. Fein! Dann haben wir da ran, Taster an den Ali hier. Luki Rundballen machst du nicht, ja. Wenn es unbedingt gewünscht ist, kann man da bestimmt überreden, aber ab demnach hab ich mal... Ah fuck, eine zu früh rein. Das hat mich schon selbst irritiert hier, muss ich sagen, hier fasselt der Erbekommen. Ich hab nur 193, hab ich mir gedacht, rein. Und dann war da hinten, auch nicht davor. Wo sind noch frei? Ja genau. Über die Feldwege, achten, da könnte ich ein bisschen schrauben, wenn ich hinter mir hättet jetzt sass. Ist ein bisschen schümagschig wie... N' den besten nicht stehen, da wird erstmal fest. Kennt das sich mit aus? Ui fauna! Also mit 32 Durchbrettern meinst du das Gute? Ja. Ja. Keine Sorge, ich fahre das Leben jetzt nicht vor, sondern ich tue. Alter, was ruckelt denn das jetzt schon wieder hier so? Niemand, wirklich niemand. Ich glaube, sie haben nur unten so wie über Internet gestohlen, Alter. Um 13 Uhr war es gut. Wir kriegen mehr runter, Raps oder so, ja. Raps. Aber Raps kannst du ja schon nicht mehr anpflanzen. Ja, Frank. Ich wollte ja auch an Raps anpflanzen, das ist mir aufgefallen, dass es gar nicht mehr geht. Das ist ja so her, nee. Lucky, weißt du, was mir heute gesagt worden ist? Was denn? Dass ich nächstes Jahr September vier Wochen reinein bin. Okay, ich schmeiß es raus, Bartim, du kommst vorbei. Ich bring ein Motorrad mit. Aber warum bist du vier Wochen alleine? Meine Schwester macht einen Auslandszeit. Stimmt, ja. Und meine Eltern sind im Urlaub. Noel, ich fahre Motorrad zu dir, okay? Mach das. Ich bin arbeitend, Junge. Na, ich bist du nicht, aber du wirst du wenigstens eine Woche frei zum Motorrad fahren. Okay, das Spiel. Okay, kannst du bei irgendeinem Stipp vorfahren. Ja, das Achtens kann man dich kein frei nehmen. Das könnte vielleicht in der Landwirtschaft zu der Jahrezeit bitte schwer werden, aber sonst... Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist nur noch ein Glas zu mählen, oder? Ja, ja. Guck mal. Aber ich habe hunderttausend Blüsel. Wir fahren durch Zufall aufgefangen. Jetzt werde ich warm durch Blüsel hochgegangen. Ich bin auch so dämlich, ne? Ah, es läuft auf einmal flüssig. Ey, ich sehe dich nicht mehr. Ja, rate mal, warum ich jetzt auf einmal mir ein Internet zur Verfügung habe. Nein, ich sehe mich nicht mehr. Ja, das ist rechtva크�bar. Ich sehe mich nicht mehr, dass ich dann brauche. Ich sehe mich nicht mehr, ich sehe mich nicht mehr. Ja, gut. Das ist die Vorschläge zu. Ich freue mich nicht mehr unter anderem. Ja, da habe ich bin ja, da habe ich hier, wenn ich jedes Auto fangemere mich schon? Ja, das ist das hier. Aber Flo, kann ich jetzt mit ihm regelmäßig bei der Aufnahmeserschmärchen, oder ist das jetzt eine einmalige Sache und danach melde es sich nie wieder? Kommt drauf an, wie du regelmäßig definierst. Einmal im Monat. Ja, so war das ungefähr auch fast gemeint. Also ich bin schon von wöchentlich bis alle zwei Wochen mal ausgegangen. Ja, ich würde eher bei kurzfristig bleiben. Ja, es hat noch nie funktioniert bei dir. Es hat aber besser funktioniert, als wenn wir irgendeinen Termin ausgemacht haben. Es klappt, ne, Erik? Okay, dann gibt das so Mais, das Feld, wo wir uns jetzt letztes Mal so abgequält haben. Mit so einem Bier sitze ich da rein, wenn wir das in Mais fällt. Müssen wir doch nicht Gemüse drauf machen. Gemüse habe ich gemüse. Ja, das muss wohl zu uns sein. Halt die Fresse. Müssen wir jetzt erstmal Schweinevorte für dich kriegen. Ja, das sind doch nicht so. Nein. Nein, ich brauche natürlich nur noch. Weizen? Aber das sind Weizen oder Gerste? Ne, Gerste, Sojabohnen, Mais. Also Gerste und Weizen habe ich zu genießen. Wie kannst du das abhaben, Mann? Gerste und Weizen habe ich ja schon. Ich habe auch schon Raps, nur ich brauche jetzt halt noch Mais, der ist halt noch nicht frei. Brauchst du Gierse? Ja. Hätte ich gebrauchen, Mann, dafür brauche ich aber auch Sonnenblumen für Gierse. Weil? Weil die Konstellation Sorge-Gierse, Weizen und Sonnenblumen für drei Schweinevorteils. Ah. Sonnenblumen hätte ich auch gebrauchen. Ja. Ich krieg mir trotzdem nicht. Kalk war ja relativ schnell. Ja. 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 Ich dachte, du willst du so schön aßen? Kalk nimmt uns den kleinsten Trecker und irgendwie bei den Ding. Zieht aber nicht. Zieht oder schiebt? Kann ich die Kalkaufträge auch gleich geben oder sagst du schlecht? Schlecht. Das ist auch mal eben ganz kurz los, ich bin er dir. Ja. Muss ich jetzt eigentlich jedes Mal zum Anhänger selber hinfahren oder muss ich mich melden? Du kannst auch sagen, wenn du voll bist, dann fange ich rum. Achso, ja. Wolltest du mal eben schnell fahren? Weil ich bin voll. Wo stehst du denn? Du musst einfach nur geradeaus fahren. Du bist nicht mal einmal außen rum gekommen? Nö. Da geht Menge runter. Mhm. Ich hab überhaupt gedacht, dass da das weniger ist, deswegen sind hier so zwei kleine Spuren. Hast du wieder das erste kaputt gefahren? Ähm. Ja, eventuell ein bisschen. Alter, mir wird deine Földermenge angezeigt, der das... Natürlich. Hast schon lange nicht mehr mitgespielt, merke ich schon. Ich weiß, dass es diese Mod gibt, aber ich wusste nicht, dass ihr die benutzt. Tja, schon seit einem halben Jahr oder so. Fist tut mir ja gar nicht. Hauptsächlich fürs Maissechsen und fürs Gemüseabfall und so Zeug, aber... Achso, ich hab grad da drauf gewartet, dass du ein Stück wegfährst. Egal. Nee, ich fahr nicht hinweg hinweg. Ja, das fällt dann jetzt gerade auch so. Halt die Taste. Oh, 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 stopp. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020